Hallo zusammen. Mit dem Adventskalender am Ende des letzten Jahres gab es viele Beispiele, wie die Theorie aus den letzten anderthalb Jahren hier in die Praxis umgesetzt werden kann. Heute ist es wieder mal Zeit, Begriffe zu klären, die hier immer wieder auftreten werden. Es geht um eine nicht ganz gewöhnliche Einheit, das Dezibel. Herzlich Willkommen auf Technik selbst erlebt. Zum Verständnis will ich am Anfang ein paar generelle Bemerkungen zu Maßen und Einheiten verlieren. Dass das Dezibel keine gewöhnliche Einheit ist, zeigt schon die Tatsache, dass es in verschiedenen Zusammenhängen auftaucht. Am bekanntesten ist wohl die Anwendung bei Lautstärkeangaben. Wir werden es hier vor allem für Verstärkungen, Dämpfungen oder Pegel verwenden. Mit dem Dezibel wird keine physikalische Größe im herkömmlichen Sinne beschrieben, so wie beim Kilogramm die Masse oder bei der Sekunde die Zeit. Der Wert ist vielmehr das Verhältnis, also der Vergleich zweier Größen. Ein Wert in Dezibel sagt gar nichts aus, wenn man nicht weiß, welche Größen miteinander verglichen werden. Zur Unterscheidung bekommen die Einheiten meist noch eine Erweiterung, also zum Beispiel dbu, dba oder dbi. Dazu kommt, dass die Dezibel-Skala nicht linear, sondern logarithmisch ist. Das heißt, die Verhältniswerte, die dahinter stecken, wachsen exponentiell. 20 Meter ist doppelt so weit wie 10 Meter. Der Unterschied zwischen 20 und 10 Dezibel ist viel größer als der zwischen 0 und 10 Dezibel. Das macht es am Anfang schwerer, die Werte einzuordnen. Wie man zwei Größen ins Verhältnis setzt, dürfte beim Verstärker klar sein. Man vergleicht den Ausgangswert mit dem am Eingang. Wie ist es aber bei Angaben von Lautstärke oder dem Antennengewinn zum Beispiel? Das hört sich nach absoluten Werten an. Wenn man es mal anders betrachtet, werden auch bei den physikalischen Größen zwei Werte verglichen. Der Messwert mit dem Wert 0. Der Nullpunkt selbst steht aber fest. 1 Kilogramm sind 1000 Gramm mehr als masselos. 10 Volt sind 10 Volt mehr als der spannungslose Zustand. Die Einheiten, mit denen man misst, sind allerdings eine Frage der Definition. Um vor allem in der Wissenschaft eine einheitliche Sprache zu sprechen, hat man sich international auf das sogenannte SI-Einheitensystem verständigt, mit dem wir größtenteils arbeiten. Im Alltag hat es sich aber bisher nicht überall durchsetzen können. Vor allem im englischsprachigen Raum benutzt man weiter Zoll, Meile oder Pfund. Die Höhenangaben im Flugverkehr werden in Füßen gemessen. Trotzdem haben alle Werte den gleichen Nullpunkt. Auch das Dezibel ist keine SI-Einheit. Die korrekte Einheit wäre das NEPA. Es ist aber nicht nur reine Bequemlichkeit, warum auch bei uns weiter mit dem Dezibel gearbeitet wird. Im Gegensatz zum NEPA ergeben sich beim Dezibel Werte, die sich leichter merken lassen. So entspricht eine Spannungsverdopplung ziemlich genau 6 Dezibel. Eine Verzehnfachung sind genau 20 Dezibel. Das liegt daran, dass als Grundlage für das Dezibel der Zehnerlogarithmus benutzt wird. Beim NEPA dagegen kommt der Logarithmus Naturalis mit der ziemlich krummen Euler'schen Konstante E als Basis zum Einsatz. Im Gegensatz zu den anderen physikalischen Größen wie Masse, Länge, Stromstärke usw. ist auf der Dezibel-Skale der Nullwert reine Definitionssache. Das ist ähnlich wie bei der Temperatur. Wenn ich sagen würde, es ist ganz schön kalt, wir haben nur 253 Grad, würden mich viele wahrscheinlich komisch ansehen. 253 Grad ist so heiß, das überlebt man eigentlich nicht. Ich hatte vergessen zu sagen, dass ich Grad Kelvin meinte und das entspricht etwa minus 20 Grad Celsius. Also ich hoffe, ihr versteht das Problem. Ein Temperaturwert ist wertlos, wenn man die Definition des Nullpunktes nicht kennt. Bei der Celsius-Skala ist das der Schmelzpunkt vom Wasser, beim Kelvin der absolute Temperatur-Nullpunkt. Und bei den Dezibel-Angaben ist es nicht anders. Man muss wissen, welcher Wert für Null Dezibel steht. Das Dezi in dem Wort ist eigentlich nur eine Vorsilbe wie beim Dezimeter, was ja so viel wie ein Zehntel Meter ist. Die eigentliche Einheit ist also das Bell, benannt nach Alexander Graham Bell, der sich allerdings mit zwei L schreibt. Das Dezibel ist also ein Zehntel Bell. Bei der Einführung des Dezibel ging es darum, Energie- bzw. Leistungswerte miteinander zu vergleichen. Der Verhältniswert in Dezibel ist gleich 10 mal der Logarithmus vom Verhältnis der Ausgangs- zur Eingangsleistung. Die 10 kommt daher, dass wir den Wert nicht in Bell, sondern in Dezibel haben wollen. Mit dem natürlichen Logarithmus bekommt man den Wert in Nepa. Ziemlich häufig wollen wir aber nicht die Leistung, sondern die Spannungsverstärkung wissen. p ist gleich u² durch r. Leistungsvergleiche machen nur Sinn an gleichen Lastwiderständen. Dadurch kürzt sich r weg. Es bleibt die Ausgangsspannung zum Quadrat durch das Quadrat der Eingangsspannung. Das kann man auch so schreiben. Nach den Logarithmengesetzen kann der Exponent 2 als Faktor vor den Logarithmus geschrieben werden, sodass sich für die Spannungsverstärkung in Dezibel ergibt 20 mal der dekadische Logarithmus vom Verhältnis der Ausgangs- zur Eingangsspannung. Man kann die Nepa und Dezibelwerte ineinander umrechnen. Ein Nepa sind rund 8,68 Dezibel und ein Dezibel etwa 0,1151 Nepa. Hier ein paar Dezibelwerte, die man sich mit der Zeit einprägen kann. Wenn das Leistungsverhältnis 1 ist, also Ein- und Ausgangsleistung gleich sind, ist der Logarithmus 0 und damit auch der Pegel 0 Dezibel. Eine Verdopplung sind rund 3 Dezibel. Eine Vervierfachung etwa 6 Dezibel. Eine Verzehnfachung 10 Dezibel. 20 Dezibel bedeutet ein Verhältnis von 100 zu 1 und so weiter. Auf der Spannungsskala bedeutet eine Verdopplung etwa 6 Dezibel. Eine hundertfache Spannungsverstärkung sind zum Beispiel 40 Dezibel. Entsprechend werden auch Dämpfungen angegeben. Das Verhältnis Ausgangs- zu Eingangswert wird kleiner als 1 und der Logarithmus damit negativ. Eine Halbierung der Spannung sind dann also etwa minus 6 dB. Etwas komplizierter und verwirrender wird es, wenn wir es mit Bezugspegeln zu tun bekommen, die einen festen, aber willkürlich definierten Bezugswert haben. Was bedeutet zum Beispiel ein Eingangspegel von 0 Dezibel in der Tontechnik? Die Definition, auf die man meist zurückgreift, stammt noch aus der Zeit von Alexander Graham Bell, der die erste Telefongesellschaft gründete. Der Bezugswert der DBU-Skala ist die Spannung, die an einem 600 Ohm Widerstand 1 Milliwatt umsetzt. Die 600 Ohm entsprechen der Impedanz der ersten Telefone. Rechnet man das aus ergibt sich eine Spannung von etwa 775 Millivolt. Dabei geht es immer um den Effektivwert einer Wechselspannung. In der Studietechnik arbeitet man gern mit einem Pegel von 6 Dezibel, das sind dann rund 1,55 Volt. Parallel dazu wird aber auch der DBV-Wert benutzt. Hier gibt es keinen Bezug zu einer bestimmten Leistung. Als Bezugsgröße gilt eine Spannung von 1 Volt. 0 dBV sind rund 2,2 dBU. Ist denn jetzt der Nullpunkt auf dieser Aussteuerungsanzeige gleichbedeutend mit 0 dBU? Nicht unbedingt. Der Bezugswert 0 Dezibel bedeutet hier Vollaussteuerung ohne Verzerrung. Abgekürzt DBFS, was so viel heißt wie Dezibel Relative to Full Scale. Bei einem höheren Pegel würde das Gerät übersteuern. Der Pegel sollte also keine positiven Werte annehmen. Sehen wir uns noch einen Wert an, den sogenannten Antennengewinn. Was wird hier miteinander verglichen und wie kann eine Antenne einen Gewinn produzieren ohne Antennenverstärker? Man vergleicht die Abstrahlleistung einer Antenne wieder mit einer Bezugsantenne. Das kann ein einfacher Halbwellendipol sein, dessen Leistung man dann als 0 dBD bezeichnet. Üblich ist aber auch eine Angabe in dBi. Als Vergleichswert dient hier ein fiktiver, punktförmiger, isotroper Strahler. Eine Antenne, die es in der Realität nicht geben kann. Die Abstrahlung erfolgt von einem Punkt aus gleichmäßig in alle Richtungen. Jede Antenne mit einer Richtwirkung strahlt die Energie bevorzugt in eine Richtung ab und erzielt dadurch eine bessere Wirkung als ein Rundumstrahler. Die Differenz ist der Antennengewinn, der sich sowohl beim Senden als auch beim Empfangen auswirkt. Also auch hier muss man wieder genau darauf achten, was ist die Bezugsgröße. So richtig verwirrend wird es bei Angaben zur Lautstärke. Das bietet Stoff für eine extra Serie, deshalb will ich hier nur einige Bemerkungen dazu machen. Was sagen denn nun Lautstärkeangaben in technischen Datenblättern aus? Hier gibt es normalerweise nur positive Dezibelwerte, denn als Nullwert wurde die Hörschwelle definiert. Darunter hört man sowieso nichts mehr. Allerdings ist die Hörschwelle bei jedem Menschen etwas anders und verändert sich auch mit dem Alter. Deshalb musste man sich auch hier auf einen reproduzierbaren Wert einigen. Und das ist ein Schalldruck von 20 µPa bei einer Frequenz von 2 kHz. Der Wert in Dezibel ist also ein Maß für den Schalldruck, den eine Quelle erzeugt. Im Unterschied dazu wird bei Angaben in dB berücksichtigt, dass unser Ohr für tiefe und hohe Frequenzen weniger empfindlich ist. Der Schalldruck wird entsprechend dieser Empfindlichkeitskurve bewertet. Deshalb sind die Werte nicht vergleichbar. Der Schalldruck sagt aber wenig über das Lautstärkeempfinden aus. 6 dB bedeutet eine Verdopplung des Schalldrucks, aber erst eine Erhöhung um 10 dB kommt uns doppelt so laut vor. Der dB-A-Wert berücksichtigt auch nur ungenügend die Physiologie der Ohren. Deshalb wurde als neue Größe die sogenannte Lautheit in Zone eingeführt. Die Zone-Skala ist linear zu unserem Hörempfinden. Also eine Verdopplung der Lautheit in Zone entspricht auch dem doppelten Lautstärkeempfinden. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Was bringt uns aber diese Dezibel-Skala? Anstatt zu sagen, die Schaltung verstärkt das Signal um 40 dB, könnten wir doch auch einfach von einer 10.000-fachen Verstärkung reden. Na, zum einen bekommen wir es beim Dezibel mit viel kleineren Zahlen zu tun, die sich leichter handhaben lassen. Außerdem durchläuft unser Signal in der Regel verschiedene Verstärkerstufen oder Dämpfungsglieder, wie Filter oder lange Übertragungsleitungen. Die Gesamtverstärkung ist das Produkt der Einzelverstärkung. Ohne die Dezibel-Angaben müsste man jetzt sehr große Werte miteinander multiplizieren oder bei Dämpfungen dividieren. Beim Dezibel kommen uns jetzt die Logarithmengesetze zur Hilfe. Aus einem Produkt wird eine Summe von zwei Logarithmen. Darum können wir jetzt die Dezibelwerte einfach addieren und das klappt bei den kleineren Zahlen meist im Kopf. Ein Beispiel. Die erste Verstärkerstufe verstärkt um 30 dB. Danach kommt ein Dämpfungsglied, zum Beispiel eine passive Klangregelung. Und dann noch eine Verstärkerstufe, um die Verluste auszugleichen. Die Gesamtverstärkung ist also 30 dB minus 12 dB plus die 20 dB der letzten Stufe, macht zusammen 38 dB. Ich hoffe, dass ich etwas zur Aufklärung beitragen konnte. Besonders der Bereich der Lautstärkeangaben in Dezibel ist sehr kompliziert und es ist schwer, Angaben miteinander zu vergleichen. Geht es um die Schallleistung, die direkt an der Quelle abgestrahlt wird, oder um das Lautstärkeempfinden? Das macht es zu schwierig. Unser Ohr ist kein linearer Empfänger und reagiert außerdem noch auf verschiedene Frequenzen unterschiedlich. Dazu kommt noch ein subjektiver Faktor. Mehrere Stunden neben einer Kreissäge würden mich irre machen. Ein Live-Rock-Konzert in der gleichen Lautstärke ist was ganz anderes. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein und wenn ihr noch andere Begriffe etwas näher beleuchtet haben wollt, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Geplat bis jetzt!